Ist China die Investmentchance des Jahrhunderts? Ich berichte euch von meiner Asienreise und nenne euch meinen China-Favoriten, der mich gerade richtig begeistert. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute sind wir zurück in Deutschland. Ich bin zurück von meiner Asienreise. Ich war in Japan und China und werde euch heute von meinen Eindrücken berichten. Und ihr habt euch mehr konkreten Aktien-Content gewünscht und den gibt es heute. Wir werden gleich mit meinem China-Favoriten einsteigen. Und wir schauen uns natürlich auch generell den chinesischen Aktienmarkt an. Denn der bietet Chancen, aber auch sehr, sehr viele Tücken. Und jetzt legen wir los. Starten wir gleich mit meinem Favoriten, der mich schon länger begeistert. Aber jetzt noch mehr, denn ich habe in Shanghai sehr viele Autos gesehen. Auf denen hinten drauf stand folgendes hier, seht ihr es, Build Your Dreams BYD. In Shanghai wirklich sehr, 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 sehr viele Modelle sind dort rumgefahren. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, der Lochner war in China und jetzt ist ihm das erst aufgefallen. Nein, ich habe BYD jetzt schon länger im Depot, habe zwischenzeitlich sogar nachgekauft. Und ich wurde auch nicht von der chinesischen Regierung gesponsert. Das der Vollständigkeit halber und auch der Vollständigkeit halber. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Tesla gesehen. Ist Ironie der Aktualität. Das schauen wir mal drauf. Hier Elon Musk jetzt überraschenderweise nach Peking geflogen ist, um hier einen neuen Revenue Boost für Tesla zu suchen. Mal schauen, was das wird. Da soll wohl auch verhandelt werden, FSD und Co., also das autonome Fahren. Es ist auf jeden Fall spannend. Kann ich euch nur schildern. Sehr, sehr viele Teslas dort gesehen. Aber was ich auch sagen muss, überraschend viele VW, denn viele sagen, ja, da fahren ja gar keine deutschen Autos mehr. Also ich habe auch sehr viel Volkswagen gesehen. Und VW versucht auch gerade eine Kampfansage, nämlich die Automesse in Peking. Da ist auch gerade einiges los. Und schauen wir mal hier auf den Hoffnungsträger. Das ist hier der ID-Code. Der wird so nie auf die Straße kommen. Das ist eher ein Statement-Modell. Denn VW, auch wenn ich da einige gesehen habe, die haben gerade richtig, richtig Probleme. Das ist natürlich kein Geheimnis. In China, das war ja lange Zeit ein boomender Markt. Das ist natürlich immer noch ein sehr wichtiger Markt. Und natürlich verkauft VW da auch noch ordentlich. Aber bei den Elektroautos, die dort wirklich immer mehr Gewicht haben. Und das sieht man auch, wenn man nicht blind durch die Gegend läuft. Da hat eben VW nur noch so einen Marktanteil von 3 bis 5 Prozent. Das ist natürlich mickrig. Denn bei den Verbrennern waren es lange Zeit 25, 30 Prozent. Zuletzt waren es immerhin, zumindest bei den Verbrennern, noch 20 Prozent. Und was ist das Problem von VW? Man ist zu teuer im Vergleich zur Konkurrenz. Vor allem im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz natürlich. Dazu kommt gleich mehr. Das ist der Wettbewerbsvorteil der entscheidende. Und ja, die Modelle kommen einfach nicht an. ID.3, naja, geht so. Der neue ID.7, den man extra für China eigentlich entwickelt hat, der wird von den Kunden auch ignoriert. Also VW hat da gerade wirklich schwer zu beißen. Besser läuft es dagegen bei BYD. Denn der chinesische E-Auto-Bauer ist Marktführer, Preisführer und auch dabei relativ profitabel. Die Margen steigen stabil. Man hat eine langfristige Wachstumsrate, gerade brandaktuell von Bloomberg von mehr als 22 Prozent. Hier können wir mal auf eine Schätzung schauen. Das ist jetzt nur von einer Bank. Aber da seht ihr schon, wie da erwartet wird, dass es stabil steigt bei den Revenues, was da für 2024, 2025, 2026 erwartet wird. Auch bei der Profitabilität. Und dann seht ihr zum Beispiel hier auch beim PI, also beim KGV, wie das dann ordentlich nach unten kommen könnte. Net Profit. Ja, da seht ihr also die Schätzungen, die sind schon sehr, sehr bullish. Und hier nochmal zwei ganz wichtige Charts zu BYD. Der große Konkurrent Tesla, schauen wir mal drauf. Der ist natürlich viel höher bewertet. Trotzdem beim Operating Income, da seht ihr Schwarz, Tesla hat zuletzt ordentlich runtergekommen. Bei BYD geht es nach oben. Und vor allem auch Profitabilität. Da ist BYD auch sehr, 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 sehr stark. Schauen wir mal hier drauf. Mit vielen anderen Automarken verglichen. Das ist jetzt hier Returns on Equity. Da ist man auch ganz oben. Also man verkauft sehr viel, man ist profitabel. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und was sind jetzt die Vorteile von BYD? Fangen wir mal an bei der Produktion. Denn BYD stellt verdammt viel selber her. Viele Teile und vor allem, sehr, sehr wichtig, die Batterien. Das ist natürlich ein riesiger Wettbewerbsvorteil, gerade bei der Kostenkontrolle und Co. Und andere Anbieter sind sogar abhängig von den Batterien von BYD. Und so kann man natürlich den Ton angeben, die Preise diktieren und man überschwemmt den Markt sozusagen. Auch wenn das vielleicht manchmal bei der Profitabilität schon ein bisschen zweifelhaft ist. Aber man macht da eben Druck. Zum Beispiel Seagull gibt es für unter 10.000 Euro in China. Also man gibt ganz klar den Takt an. Und die anderen müssen da eher hinterherlaufen. Und man sagt eben, BYD kann sich im Zweifel eben deutlich einfacher leisten, mehr leisten solche Preise als die Konkurrenz. Also für BYD spricht ganz klar die Bewertung, das Wachstum, Preisführerschaft, Marktführerschaft. Marktführerschaft und man hat noch viele Optionen. Natürlich muss man das mal hinbekommen. Aber in Europa zum Beispiel, da ist man noch eher eine kleinere Nummer. Auch wenn die letzten Monate natürlich darauf hindeuten, dass BYD im Kommen ist. Ich habe vor ein paar Wochen erst selber in Frankfurt im Zentrum einen BYD-Store gesehen. Vor kurzem hier die Marketingkampagne. Das haben sicherlich die meisten von euch mitbekommen. Hier im Hamburger Hafen mit einem großen Frachter. Natürlich eine Kampfansage, Machtansage auf jeden Fall. Und es passieren gerade viele spannende Dinge. Gerade die Fußball-EM, die ist ja in zwei Monaten. Da ist man Hauptsponsor des Turniers. Und ironischerweise hat man wen abgelöst? VW. Also das ist schon alles spannend, was da gerade passiert. 2025 soll die erste europäische Autofabrik von BYD in Ungarn dann im zweiten Halbjahr mit der Produktion starten. Das ist schon spannend. Und Seagull, das will man auch in Europa auf den Markt bringen. Wahrscheinlich wird es nicht genau das gleiche Modell werden. Hier seht ihr den Bericht dazu oder einen Bericht dazu. Es wird natürlich auch nicht ganz so billig werden, aber sicherlich deutlich billiger als die Konkurrenz. Und das könnte dann natürlich auch nochmal ein Gamechanger sein. Also hohes Wachstumspotenzial. Natürlich keine Garantie, auch in Europa. Ganz, ganz wichtig, Leute, zwischendurch, das ist hier keine Anlageberatung. Ihr entscheidet bitte selber zu 100% auf eigenes Risiko. Wenn ihr irgendwas aus diesem Video ableiten solltet, zum Beispiel die BYD-Aktie zu kaufen, dann bitte auf eigenes Risiko. Ich und der Kanal haften nicht dafür, für mögliche Verluste. Und die sind natürlich durchaus möglich. Denn jetzt schauen wir auf die politische Unterstützung, auf die Risiken. Das gehört natürlich auch dazu. Denn warum sind chinesische Autos so billig? Diese Frage hat auch schon vor einigen Monaten die Wirtschaftswoche aufgeworfen. Ja, das ist relativ offensichtlich, weil natürlich sehr viel subventioniert wird. Also der chinesische Staat, der pumpt da viel Geld rein. Deswegen ist die EU ja auch schon länger ein bisschen mies gestimmt. Und ja, da sind wir schon beim Stichwort Handelskrieg und politische Unterstützung. Kommen wir erstmal zum politischen Risiko intern. Es ist natürlich gerade ein Wettbewerbsvorteil, dass da viel Geld reinfließt, dass die chinesische Regierung, der Apparat dahinter steht. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig ein hohes Risiko. Denn wir haben es ja schon erlebt. Schauen wir hier auf das politische Risiko intern. Ja, das, wenn, ja, per ordre de mufti, dann heißt, hier müssen wir jetzt mal die großen Player einen Kopf kürzer machen. Das ist ja schon passiert im Bildungssektor. Auch Alibaba und Co. Es sind ja auch schon Leute verschwunden. Also ihr seht, das kann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Also was gerade ein Vorteil, eine Stärke ist, ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Risiko. Und dann haben wir natürlich noch das politische Risiko extern. Stichwort Handelskrieg. Hier seht ihr stellvertretend für die EU. Uchi von der Leyen. Und natürlich auch die möglichen zwei US-Präsidenten. Einer von den beiden wird es wahrscheinlich werden. Und die sind ja beide, ja, schenken sich da nichts in Sachen Handelskrieg. Also das ist natürlich auch ein politisches Risiko extern, was man als Investor, wenn man in China investiert oder in Aktien wie BYD, auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Und jetzt kommen wir zum chinesischen Aktienmarkt generell. Ist das jetzt die Investmentchance des Jahrhunderts? Und der chinesische Aktienmarkt, der ist erstmal relativ kompliziert. Es gibt verschiedene Aktiengattungen, verschiedene Indizes. Und das ist wirklich, ja, sehr umfassend. Und deswegen haben wir jetzt wirklich was Geniales für euch. Ein geniales Goodie. Unseren großen China-Report. Den könnt ihr euch jetzt gratis downloaden. Da gibt es wirklich alles, was man wissen muss. Wenn ich das jetzt alles hier erzählen würde, dann würden wir wahrscheinlich eineinhalb Stunden brauchen. Deswegen jetzt absolut kostenlos von Beating Beta könnt ihr euch jetzt downloaden. Und da steht wirklich alles drin, was ihr wissen müsst. Jetzt schauen wir uns den Markt aber kurz an in China. Und bewertungstechnisch können wir mal kurz hier einblenden. Ist das Ganze natürlich attraktiv. Das ist völlig, völlig klar. Bewertung natürlich immer eine heikle Sache. Ist natürlich ein großer Unterschied, ob wir jetzt auf eine Einzelaktie schauen. Da bringt mir eine Bewertung im Zweifel gar nichts. Denn eine Aktie kann sehr, sehr lange günstig sein. Sehr niedriges KGV-Raben. Bei Ländern und Regionen sieht es natürlich schon ein bisschen anders aus. Da sollte man als Anleger gerade langfristig gesehen schon etwas genauer hinschauen. Und da ist China natürlich gerade schon sehr, sehr günstig. Das Sentiment ist gefühlt eine Katastrophe. Haben wir ja letztes Jahr schon gesehen. Und man muss wirklich sagen, sicherlich natürlich auch zu Recht, wir kommen gleich noch zu den Problemen Chinas. Und ich bin da auch sehr kritisch. Aber es wird gefühlt alles, alles negativ ausgelegt. Jeder Datenpunkt zuletzt, ja, wenn die Flüge sozusagen steigen von China raus, dann wird da gleich die Story draus gemacht. Es gibt die große Landflucht. Also ich kann jetzt nicht bestätigen in Shanghai, dass da die Stimmung komplett am Boden war und dass da wirklich mein neues Gefühl hat, alle wollen das Land verlassen. Also das wird sicherlich gerade ein bisschen übertrieben dargestellt, auch nach dem Motto, die China-Story ist komplett vorbei und es wird nie wieder Wachstum geben. Also das ist sicherlich vom Sentiment her auch ganz spannend. Und gerade die Tech-Werte haben ja zuletzt schon ein bisschen angezogen. Ich bin mit BYD jetzt auch im Plus. Als ich eingestiegen bin, dann ging es erst noch ein bisschen weiter runter. Dann habe ich nochmal nachgekauft. Jetzt bin ich auch schon 4, 5 Prozent im Plus. Hier können wir mal schauen auf den iShares MSCI China Tech. Und da seht ihr, der ist zuletzt nach oben rausgeschossen. Schauen wir mal drauf, was da drin ist. Von der Gewichtung her Tencent auf Platz 1 mit 8,4 Prozent. Alibaba, Baidu, NetEase, Xiaomi, JD und Co. Also das ist vielleicht schon ein Hinweis darauf. Und jetzt wird es ganz, ganz wichtig, denn jetzt muss man sich generell mal fragen, ja, in China investieren ist eben nicht gleich in China investieren. Denn wer sich die Frage stellt, ja, soll ich jetzt in China rein, der muss sich auch überlegen, wo investiere ich denn da jetzt? Denn schauen wir nochmal auf zwei spannende Beispiele. Japan, auch wenn es verdammt lange gedauert hat, war natürlich damals auch eine Megablase, muss man sagen, in den 80er Jahren. Trotzdem, Japan hat sich jetzt langfristig auch wieder erholt. Der Aktienmarkt boomt gerade, also zuletzt so viele Mittelzuflüsse, wirklich wie seit einem Jahrzehnt nicht. Das ist schon spannend. Kann man natürlich jetzt auch die Frage stellen, ob das jetzt schon ordentlich überhitzt ist. Wollt ihr zu Japan auch noch mehr Content an eigenes Video, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Video hier feiert, Leute, dann gerne auch mal Daumen nach oben als Unterstützung. Würde mich sehr freuen. Und auch Argentinien hat sich zuletzt erholt. Der Aktienmarkt, da ist natürlich das Ganze noch eine heißere Kiste. Aber ihr seht schon, bei Ländern, Regionen ist das schon immer spannend. Und Griechenland ist vielleicht das beste Beispiel. Vor zehn Jahren auch komplett am Boden. Wirklich eine ganz schwierige Phase. Jetzt aber im Jahr 2023 vom Economist zur besten Wirtschaft des Jahres 2023 gekürt. Und hier eine Grafik vom Aktionär. Beim Poseidon, der griechische Aktienmarkt zuletzt auch gut gelaufen. Also das deutet schon darauf hin, dass ein Land wie China sich wahrscheinlich langfristig auch wieder erholt wird. Und jetzt wird es knifflig. Jetzt kommen wir zum großen Problem. Denn in China, wenn man sich da jetzt einfach mal irgendwas rausguckt, ah ja, nehme ich zum Beispiel mal den CSI 300. Ja, das ist ja ein bekannter großer Index. Dann muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, wer ist da drin? Schauen wir mal hier drauf. Das sind jetzt die zehn größten Indexbestandteile. Und da sehen wir, was ist da drin. Hu Tai, Ping An, China Merchants Bank und Co. Also sehr viel Oldschool, vor allem sehr viel Banken, Versicherungen. Und jetzt wird es eben schon kompliziert. Und jetzt muss man sich nicht fragen, ist das jetzt das, was das ganz, ganz große Potenzial hat? Und vor allem muss man sich, glaube ich, eines überlegen. Also welche Branchen haben da vielleicht die größten Probleme, die größten Wachstumschancen? Und wer hat vor allem auch Chance auf Internationalisierung? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man in China ist, dann erlebt man da natürlich mehrere Dimensionen. Erstens natürlich mal das Digitale. Da kriegt man den Vorschlaghammer. Das weiß man zwar natürlich, dass da Instagram und Co. und WhatsApp, dass das alles verboten ist. Aber es ist dann natürlich nochmal ganz was anderes, wenn man das vor Ort erlebt. Also digital lebt China schon mal unter einer gewissen Käseglocke. Das ist natürlich ein Vorteil für die Player, die es dort gibt. Tencent, Alibaba und Co. Aber wir haben es gesehen, politisches Risiko, auch die sind natürlich dann nicht vor politischer Einflussnahme gefeit. Und man muss ihnen natürlich eins klar machen. Ja, wenn Chinas Wirtschaft selbst gut läuft, ja, wie kommt das am Aktienmarkt an? China ist natürlich mächtig, hat Rohstoffe. Aber jetzt muss man sich natürlich fragen, China hat Rohstoffe. Klar, wie wirkt sich das jetzt direkt auf den Aktienmarkt aus? Ja, nicht unbedingt. Also ihr seht schon, das ist eine komplizierte Sache. Und vor allem, was hat China jetzt zum Beispiel, was wir alle im Westen oder wo auch immer konsumieren? Gut, bei den Autos ist es jetzt sicherlich ein spannender Faktor. Aber ja, so chinesische Marken sind jetzt bei uns nicht so der Renner. Und wenn man eben in China ist, dann sieht man eben die westlichen Marken. Die sind schon der Renner, also Adidas, Nike, alles Mögliche. Ja, also China kann man schon sagen, ist schon gerade konsummäßig sehr abhängig vom Westen und hat da halt eher wenig Ereignisse. Und jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Aktienkategorien an in China. Also was ich attraktiv finde, blicken wir mal drauf. Da gibt es die grüne Ampel. Im Hintergrund seht ihr Peking. Also eine attraktive Bewertung, dann auch Wachstumspotenzial, internationales Geschäft und dann unterm Strich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Aus meiner Sicht bei BYD zum Beispiel Xiaomi. Die haben jetzt auch überraschenderweise vor kurzem ein eigenes Auto vorgestellt. Auch hier natürlich die Batteriebauer oder Xpeng. Xpeng gerade komplett verprügelt sicherlich das Risiko noch viel höher als bei BYD zum Beispiel. Aber das sind glaube ich Aktien, die haben da natürlich auch international Potenzial. Dann kommen wir zur gelben Kategorie. Das sind natürlich schon mächtige Player. Schauen wir mal drauf, die sicherlich auch attraktiv bewertet sind. Die auch Wachstum aufweisen, aber schon vielleicht ein bisschen weniger. Die dann natürlich auch Marktmacht haben. Vielleicht ein ordentliches Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, aber schon schlechter aus meiner Sicht. Und bei der Internationalisierung, da ist es dann vielleicht auch schon ein bisschen schwieriger. Das sind dann eben Kandidaten wie Alibaba, Baidu und Tencent. Und da habe ich dann natürlich auch noch, wie gesagt, das Risiko der politischen Einflussnahme, wenn die dann irgendwann zu mächtig werden im eigenen Land. Und dann haben wir die rote Kategorie. Das wären Aktien, die natürlich voll drin hängen in den Problemen, die China auch noch hat. Wie zum Beispiel Banken und Versicherungen. Ja, da mag die Bewertung vielleicht auch attraktiv sein. Aber ist da das Wachstum so extrem und Chance-Risiko-Verhältnis? Also ist die Chance sehr groß und das Risiko sehr klein? Oder ist es vielleicht sogar eher eine geringere Chance und ein größeres Risiko? Ja, also das wären so Aktien, die finde ich jetzt eher nicht so attraktiv. Und da sind wir eben beim Problem mit den China-ETFs. Wir hatten gerade den CSI 300 und der ist jetzt für mich eher nicht so attraktiv. Wenn man per ETF in China investieren möchte, dann hätte ich da schon auch gerne eher die Tech-Player stärker gewichtet. Und dann sollte man sich zum Beispiel mal den Hang Seng anschauen. Ihr findet dazu jetzt auch noch viel, viel mehr in unserem kostenlosen PDF, wie gesagt, gratis in der Videobeschreibung zum Download. Da ist das alles nochmal konkret aufgeschlüsselt. Auch die ganzen Aktien, Gattungen oder auch zum Beispiel der MSCI China. Da sind dann die Tech-Aktien mehr vertreten. Und jetzt kommen wir langsam zum Abschluss dieses Videos. Ich bin schon mal sehr gespannt auf euer Feedback. Das waren jetzt die harten Fakten, alles Wichtige. Und jetzt würde ich euch noch ein bisschen gerne die Eindrücke ein bisschen mitgeben von meiner Reise. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft vorab, was ich jetzt mitgenommen habe, ja, wir müssen uns, glaube ich, nicht verstecken auf dieser Welt. Wenn man jetzt in Japan war, in China und ich war ja auch schon in vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Und bei uns ist die Stimmung natürlich immer schlecht und es wird viel kritisiert und ich kritisiere auch viele. Und nicht, weil ich jetzt alles schlecht finde, sondern weil ich glaube, dass wir noch viel, viel, viel mehr können. Das ist, glaube ich, immer das Wichtige. Deswegen sollte man auch Kritik nicht mal abtun als nach dem Motto, ach, wenn es dir nicht passt, dann geh doch woanders hin. Ja, woanders ist es tatsächlich nicht unbedingt besser. Das ist, glaube ich, eine wichtige Message. Es sind manche Dinge besser. Ich glaube, es ist ganz schön, wenn man sich andere Länder anschaut und einfach mal überlegt, okay, was machen die punktuell besser? Denn immer diese Schwarz-Weiß-Diskussion, ach, wenn da alles besser ist, dann geh doch da hin. Das ist ja Schwachsinn. Man muss sich einfach mal angucken, was machen andere Länder besser? Und was mir in China gut gefallen hat, es ist ja wirklich sehr wild. Das sieht man schon im Straßenverkehr, wie die ja mit ihren E-Rollern kreuz- und querschießen. Also es ist auf der einen Seite extrem überreguliert. Was mir nicht gefallen hat, da ist schon der Muff der Diktatur. Man kann auch sagen, so ein richtiger DDR-Kommunismus-Muff hat das Ganze schon. Es sitzen da, alle zehn Meter sitzt da ein Polizist in seinem Häuschen. Also mir hat es grundsätzlich eher nicht gefallen, das sage ich ganz offen. Aber ich glaube, auch von China kann man sich natürlich positive Dinge abschauen. Trotzdem auf die Probleme müssen wir auch nochmal schauen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, warum ich jetzt chinesische Banken, Versicherungen, Immobilien und Co. da nicht so spannend finde. Schauen wir nochmal auf Chinas Probleme. Also schrumpfende Bevölkerung, das ist ein großes Problem. Dann natürlich die Demografie. Das Problem haben wir auch. Japan auch ganz extrem. Dann natürlich Immobilienkrise, der politische Einfluss. Das ist natürlich das Hauptrisiko wahrscheinlich. Und das muss sich wirklich jeder bewusst machen, der in China investiert. Der Konsum ist zuletzt schwach. Vor Ort kann ich das jetzt sowohl nicht bestätigen, dass da jetzt nach der Motto, die Chinesen sind gar nicht mehr in den Einkaufshäusern. Also das glaube ich, wird sich schon auch wieder erholen. Generell aber klar, die Wirtschaft schwächelt ein bisschen. Dann hat man Schuldenproblematik. Gerade nicht, wenn man jetzt auf den ganzen Staat guckt, sondern gerade auch Regionalregierungen und Co. Also da gibt es schon auch Probleme, Schattenbanken und Co., Jugendarbeitslosigkeit. Also China hat schon auch wirklich viel Probleme. Das kann man nicht wegdiskutieren. Also Investmentchance des Jahrhunderts. Muss da jetzt alles rein? Ist das jetzt das große Ding? Da würde ich sagen, nein. So würde ich es nicht einschätzen. Aber ich glaube schon, dass man da Chancen suchen kann als ETF-Anleger. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, langfristig. Man muss natürlich Geduld mitbringen. Das ist jetzt keine Sache, die sich innerhalb von ein, zwei, drei oder vielleicht sogar fünf Jahren materialisieren muss. Da kann es schon länger dauern. Aber langfristig, ja, glaube ich schon, dass man in China da Überrenditen machen kann. Ganz wichtig, man muss sich damit befassen. Man muss sich die ETFs anschauen und kann da nicht einfach irgendwas nehmen. Oh ja, ich investiere mal in China und dann mal auf gut Glück. Also das ist schon ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, bei den Einzelaktien muss man auch genau hinschauen. Ich glaube, da gibt es auch Chancen. Aber die Risiken, ja, die sind nach wie vor sehr hoch. Trotzdem, ich suche das bei BYD ganz gezielt, weil ich natürlich auch Satelliten suche, die hohes Risiko aufweisen und dann natürlich auch eine entsprechende Chance. Und jetzt noch ganz kurz der Unterschied zu Japan. Also ich kann es ganz kurz machen. In Japan habe ich mich super wohl gefühlt. Ein tolles Land. Leute, wenn ihr da noch nicht wart, fahrt da unbedingt hin. Da ist wirklich alles pico bello. Das Essen, klar, muss man mögen. Es gibt auch morgens schon typischerweise Sushi, Fisch. Ich mag das. Das mag vielleicht nicht jeder. Aber das Essen kann ich euch nur empfehlen. Die Kultur, die Leute sind wirklich super nett. Also Japan für mich als Reiseziel, glaube ich, ganz, 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 ganz weit oben. Auf jeden Fall Top 3 kann ich euch nur empfehlen. Ich habe mich dort super wohl gefühlt. Man kommt gut zurecht. In China, da war ich jetzt ein bisschen kürzer. Da habe ich jetzt nur Shanghai gesehen. Trotzdem, der Unterschied war groß. Vom Gefühl her in Japan habe ich mich sehr wohl gefühlt. In China, naja, Leben würde ich da jetzt nicht wollen. Auch wenn ich jetzt nur einen kleinen Ausschnitt kenne, aber ist jetzt mein Eindruck. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das bestätigen könnt. Was in Japan wirklich genial ist, es funktioniert sehr vieles. Die Züge kennen wir, die Rolltreppen fahren. Also es ist schon alles sehr, sehr gut organisiert. Aber was in Japan schon auch verrückt ist, diese Überregulierung. Also was mir sehr gut gefällt, dieser Gemeinschaftssinn, ein schönes Beispiel, es ist zum Beispiel ein Schaffner durch die, ja, das war so ein Regionalzug, bin ich von Kyoto nach Osaka gefahren und da hängen halt viele so Plakate. Und dann hing eins nur so minimal schief und dann ist er da hin und hat das gerichtet. Also das gefällt mir sehr gut, diese Genauigkeit und dieses, ja, nach dem Motto, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern schau, dass du selber was tust, das gefällt mir sehr gut. Aber diese Überregulierung, es wird wirklich, jeder Scheiß auf gut Deutsch wird irgendwie kontrolliert. Also es steht bei jeder Baustelle, steht einer mit einem roten Stäbchen und hilft dir über die Straße. Das ist natürlich super nett, aber es ist schon Wahnsinn. Bei jeder Schlange, wenn angestanden wird, wird hier optimiert, 10 Zentimeter hin und her. Ja, also aus meiner Sicht kann man es auch wirklich übertreiben. Ich meine das jetzt gar nicht böse, das ist eben dort so, aber ich finde, das ist zu kompliziert, zu überreguliert. Und gerade natürlich das Demografieproblem, die Verkreisung, ja, das sieht man auch tatsächlich schon im Alltag. Also Japan ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt, aber trotzdem natürlich ein super geniales Land. Also Japan hat aus meiner Sicht da mehr Substanz. Bei China habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, ein bisschen mehr Schein als Sein, aber natürlich auch viel Potenzial. Und gerade dieses Wilde auch, ja, das hat mir schon durchaus imponiert, auch fasziniert. Wer da mehr konkrete Reisetipps und Co. haben will, kann mir auch gerne mal auf Instagram folgen. Da gibt es alles. Wer sich da jetzt abseits der Finanzen dafür interessiert, ist auch unten in der Beschreibung. Und Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn am Mittwoch wird es natürlich einen fett Livestream geben. Bald kommt Bert Flossbach, also viele tolle Sachen. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus, verspreche auf die letzten Zentimeter. Also, danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.